Es ist mal wieder Zeit, ins Depot zu schauen. Heute zeige ich euch meine Investitionen aus dem Monat August 2021. Ja, ihr habt richtig gehört, August. Denn bei mir läuft ja alles im Moment, also zumindest die meisten Sachen, per Sparplan. Und in diesem Monat bin ich deswegen schon fertig und dann zeige ich euch das immer wie immer. Relativ früh ist auch ein bisschen ein Selbstschutz, um nicht nur mal schwach zu werden. Denn ich will das schon gerne nach Plan alles machen, vor allen Dingen auch jetzt in den Monaten. Was ich investiert habe und was sich in den nächsten Monaten ändern wird, das erfährst du direkt nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch in den Sommermonaten wird hier fleißig durchinvestiert. Also hier nichts mit guten Neujahrsvorsätzen und die da nicht durchziehen, sondern das wird hier wirklich das ganze Jahr durchgezogen. Auch in diesem Monat habe ich wieder investiert in Aktien, in ETFs und auch in Kryptowährungen. Und ich habe euch wie immer auch eine Grafik dazu erstellt, die zeige ich euch gleich. Vorab möchte ich euch aber einmal noch auf meinen Discord-Sower hinweisen. Den möchte ich euch auf jeden Fall wärmstens ins Herz legen. Denn hier soll auf jeden Fall einiges passieren in nächster Zeit. Hier könnt ihr euch mit Gleichgesinnten austauschen, mit mir austauschen. Ich bin da auch aktiv. Und ihr könnt auch so ein bisschen interaktiv an Videos mitwirken, Vorschläge machen. Und einfach über Aktien, ETFs, Kryptos, P2P, Gold, Edelmetalle, Uhren, Schmuck austauschen. Und was auch immer ihr euch als Investment vorstellen könnt. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir hier noch ein paar von euch begrüßen dürfen. Auf jeden Fall. Der Link zum Discord-Server ist hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ihr nicht auf den Discord-Server kommen wollt, aber ihr wollt wissen, wenn ein neues Video kommt, dann aktiviert doch einfach hier unten die Glocke und dann erfahrt ihr das auch. Ha! So, kleine Überleitung. Jetzt wollen wir aber hier direkt mal wieder ins Depot schauen. Und ihr seht ja hier schon meine Depot-Zusammenstellung. Das gucken wir uns gleich nochmal eben ein bisschen genauer an. Jetzt geht es erstmal in die monatliche Investitionen. Das ist ja das, was euch am meisten immer interessiert. Und hier gibt es auch im nächsten Monat wieder ein paar Änderungen. Darauf gehe ich aber gleich nochmal eben ein. Ich lese mal eben kurz nur die Sachen vor. Also wir haben hier wieder Coca-Cola, Cisco, Encarviz, Procter & Gamble, Intel, McDonalds, Activision, Blizzard, Unilever und Pepsi mit jeweils 25 Euro. So ein bisschen auf Sprachplamme. Also aktuell die Aktien, aber die ETFs, die laufen im Moment durch. Wie sonst noch was. Und zwar haben wir hier den Nastic 100 mit 200 Euro, den Spyder US Dividend Aristocates mit 200 Euro, Dividenden ETF, den Edge MSCI World Momentum Factor ETF mit 200 Euro, den Development Market Property Yield mit 200 Euro. Und neu dabei, jetzt im letzten Monat einmal vorgestellt, Video nochmal hier oben verlinkt in der Videobeschreibung, MSCI Emerging Markets Asia. Den habe ich neu drin von iShares und dann habe ich noch Kryptos gekauft. Jeweils 200 Euro in Bitcoin und in Ethereum am 1.8. Monatsanfang. Und das sind dann 1625 Euro. Das ist, glaube ich, mit am wenigsten in diesem Jahr gewesen. Aber es liegt auch daran, dass ich aktuell keine, dass ich in diesem Monat keinen Einzelkauf getätigt habe. Mein Wachstumsdepot ist ja alles voll. Und ich möchte mir erst nochmal jetzt wirklich gute Aktien aussuchen. Da bin ich auch noch dran und da wird auch noch auf jeden Fall ein neues Video zu kommen. In diesem Monat habe ich zwei Aktien das letzte Mal bespart. Das können wir uns gleich mal hier im Depot anschauen. Und zwar gehen wir hier einmal kurz auf die Wertpapiere und dann sehen wir es so ein bisschen hier. Ich habe mal hier eine Liste gemacht, einen Einstandspreis, also wie viel ich quasi investiert habe. Das ist für mich wichtig. Also nicht den aktuellen Marktwert, den machen wir hier auf der rechten Seite, sondern wir sehen hier den Einstandspreis. Und ihr seht hier zum Beispiel, dass ich hier verschiedene Aktien mit 1.000 Euro bespart habe. Zum Beispiel war das Microsoft damals so. Bei VW war das so und bei München & Co. auch so ungefähr. Und jetzt haben Coca-Cola und Procter & Gamble die Schwelle überschritten von jeweils 1.000 Euro. Und die würde ich jetzt auch aus dem Sparpfen rausnehmen. Grund dafür ist, dass ich hier im Moment mein Depot nicht zu sehr auf Dividenden ausrichten möchte. Und hier jetzt das Geld, also dann das freigewordene Geld, dann in andere Aktien investieren werde. Im nächsten Monat werden auch wieder ein bisschen mehr Aktiensparpläne kommen, weil ich da jetzt wirklich ein bisschen übertrieben habe mit den ETFs. Also ihr seht ja hier nochmal, das waren ja in diesem Monat 1.000 Euro in ETFs und nur 250 Euro in Einzelaktien. Das ist schon ein bisschen sehr krass natürlich. Da bin ich vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber natürlich die 1.000 Euro in die ETFs, die bleiben natürlich. Wir werden nur die Aktien wieder ein bisschen hochfahren und da auch die ein oder andere neue mit reinnehmen. Aber vielleicht wieder so ein bisschen weg von Dividende und mal wieder eine Aktie im Wachstumsbereich. Das ist ein oder zwei Aktien vielleicht so im Wachstumsbereich, muss man mal schauen. Dazu kommt auf jeden Fall, wie gesagt, noch ein Video. So sieht die Anlagenkategorie nämlich aktuell aus. Wir haben hier mittlerweile 18,5% ETFs. Also wirklich, wow, das klappt jetzt im Moment wirklich sehr gut. 20 ist schon in Reichweite. Vielleicht schaffen wir auch noch die 25% in diesem Jahr. Mal schauen. Dann die Einzelaktien 64,46%. Die Kryptos mit 7,7% wieder ganz gut mit dabei. Natürlich einmal dadurch, dass ich ein bisschen mehr investiert habe die letzten 2-3 Monate wieder. Also mehr als normal 100 Euro. Und aber auch einfach, weil die wieder abgehen aktuell. Das kann man nicht anders sagen. Dann Barvermögen 9,3%. Auch super. Also aktuell läuft wirklich alles ganz gut nach Plan. Wir können ja einmal nochmal hier schauen ins Diagramm. Aktueller Bestand sind hier, können wir mal reingucken, zack. 72.990, also knapp 73.000. Davon, wie gesagt, knapp 7.000 Euro Barvermögen. Knapp 13.500 ETFs. Knapp 47.000 Einzelaktien. 5.500 Euro in Kryptos. Und hier, wenn ich mal eben meine Kamera hier weg mache, dann sieht man es auch so, dass die Kryptos jetzt wieder so hier so ein bisschen da unten sieht man es so ein bisschen wieder anziehen. Aber auch hier, dass die ETFs, die blaue Linie, wunderbar sich immer weiter hier hochnudelt. Da bin ich sehr mit zufrieden, weil die ETFs bei mir im Depot einfach so einen schönen Grundstock bilden sollen, um das Depot einfach in Richtung Einzelaktien so ein bisschen, also Einzelaktienrisiko so ein bisschen abzusichern. Damit fühle ich mich einfach wohler. Und ich glaube auch, dass ich gute ETFs gefunden habe, die auch langfristig vielleicht sogar den normalen Markt vielleicht outperformen können. Und das ist natürlich ein Versuch, das kann man nie einfach mit Gewissheit sagen. Ich versuche es auf jeden Fall und ich zeige euch das hier immer ganz transparent. Ja, wenn euch die Performance von meinem Depot auch nochmal interessiert und ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut nochmal hier. Da gibt es nochmal ein August-Update von meinem Depot. Ist glaube ich eine Woche alt. Da seht ihr mal meine komplette Performance der letzten Jahre. Also seit 01.01.2019, wie die Aktien, wie die Kryptos, wie die ETFs, wie damals die P2P-Kredite alles hier in meinem Depot performt hat. Ganz spannend auf jeden Fall. Und von Anfang an ein transparenter Weg. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie ich das mache. Ist jetzt keine Anleitung oder so, sondern einfach nur eine Dokumentation von meinem eigenen Depot. Da könnt ihr euch vielleicht auch eure eigenen Sachen von abschneiden, eure Learnings rausziehen, eure eigenen Learnings. Und auch sehen, dass ihr vielleicht die Fehler, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, die habe ich auf jeden Fall auch gemacht, dass ihr die einfach nicht macht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.